Ja Moin Leute, XBK New ist mal wieder back am Start und herzlich willkommen zum Designerturnier Part Nr. 3. Heute ist der 100 OMP drin und ja, dann sag ich nur noch, bewerten und kommentieren, nicht vielleicht wissen. Ich bin raus, tschö mit Ö. Ja hallo Leute und ja, ich bin ja 100 OMP alt, ich designe seit einem Jahr mit Gimp und Blender und ich habe auch viel Spaß daran zu designen von Bannern für viele YouTuber. Ich habe auch für viele von Design zum Beispiel das Optimus-Klan und viele mehr. Und ja, ich finde es auch sehr schön, dass der XBK New so ein Turnier erstellt. Nicht einfach nur so ein Contest, weil dadurch kann auch das Publikum halt entscheiden, wer jetzt halt der Designer werden soll. Und ja, das war's noch mit mir. Schönen weitere Videos gucken und ciao! Und der XBK New macht ja auch richtig gute Videos. Und das war's.